So, jetzt gehen wir her und sagen, wie groß ist die Energie am Anfang, die kann ich nicht allgemein formulieren. So, jetzt gehen wir hier und sagen, wie groß ist die Energie am Anfang, wie groß ist die Energie am Anfang, wie groß ist die Energie am Anfang. So, jetzt gehen wir hier und sagen, wie groß ist die Energie am Anfang, wie groß ist die Energie am Anfang, wie groß ist die Energie am Anfang, wie groß ist die Energie am Anfang. So, jetzt gehen wir hier und sagen, wie groß ist die Energie am Anfang. So, jetzt gehen wir hier und sagen, wie groß ist die Energie am Anfang, wie groß ist die Energie am Anfang, wie groß ist die Energie am Anfang, wie groß ist die Energie am Anfang. So, jetzt gehen wir. Vielen Dank.